Willkommen aus München mit dem Sony Spirit ZL, das wir hier die letzten 5 Wochen benutzt haben. Unter anderem in Asien auf der Computex, wie ihr sehen könnt, gleich hier ein paar asiatischen Apps, aber natürlich auch im normalen Alltag. Wir haben es zum eines unserer Lieblingen gekürt, denn es ist wirklich ein sehr schickes 5 Zoll Full HD Gerät, was vor allem dem Samsung Galaxy S4 hier Konkurrenz bereiten kann. Wie ihr sehen könnt, auch endlich in Größe, was das angeht, denn das Z ist ja leider etwas größer dadurch, dass es wasserdicht ist, aber gerade in der Dicke kann das Sony hier auch punkten, denn es ist eh nicht dick, aber ich finde das Design ist eigentlich viel schöner und die raue Rückseite hier macht es auch besser für den Alltag, finde ich, dadurch, dass es dann besser in der Hand liegt, ganz einfach wie so ein Plastikbomber, wie bei Samsung hier mit dem S4, was man natürlich dann aber auch mit Höhlen erweitern kann. Dadurch wird es allerdings schon wieder viel dicker wie das Sony Xperia ZL. Ja, machen wir einfach noch weiter mit dem Gerät. Wir haben hier eines der interessantesten Sachen, eine Frontkamera unten, sonst hintere Kamera auch sehr gut hier bei Dunkeln haben wir Fotos schießen können. Die Micro SIM und der Micro SD kommen hier unten unter diese Klappe eigentlich hier eingelegt zum Einsatz. Und ansonsten haben wir natürlich außenrum hier dieses schöne Spiegelnde eigentlich, was auch dem Design hier zugute tut von Sony und auf jeden Fall in Zukunft auch hoffentlich verwendet wird. Das Design, Micro USB, Kopfhöreranschluss haben wir, An- und Ausschalter, dedizierten Kameraknopf, Lautstärkeregler und an der Unterseite eigentlich hier gar nichts. Wenn ich jetzt hier die Kamerataste einfach mal lange drücke, dann könnt ihr sehen, es geht sofort die Kamera an und man kann gleich das erste Foto schießen. Das geht dann relativ schnell und kann natürlich auch ohne Ton geschehen. Wenn ich dann hier durch die Bilder flicke, sehen wir, ich habe jetzt nicht mehr gerade gar nicht so viele drauf. Ich glaube, das Gerät wurde auch entsprechend schon zurückgesetzt, denn es geht ja auch bald zurück, wobei dann natürlich nicht so viele Apps drauf werden, deswegen schaue ich jetzt mal kurz ins Album rein. Doch tatsächlich, da habe ich jetzt nur noch ein bisschen asiatisches Essen hier, was übrig geblieben ist hier auf dem Gerät, was natürlich sehr schick anzuschauen ist. Wenn man auch nah heranzoomt, sieht man, wie schick das Ganze ausschauen kann, was man in Asien ja alles zu sich nimmt. Und wir sehen können auch hier wieder die schicke Status-LED von Sony, die wir jetzt öfter schon sehen, die sich entsprechend den Farben anpasst, was hier hauptsächlich auf dem Display vorhanden ist, also eher rot, weil hier rotes Essen ist. Jetzt hier blau, weil das ein blaues Aktionsschild ist. Und ansonsten blinkt es natürlich entsprechend in den Farben, in denen man es gerne haben möchte, bei bestimmten Dingen, die geschehen im Alltag. Sonst haben wir natürlich hier auch Musik drauf, glaube ich. Oder auch nicht, vielleicht auch nur eine Tonaufnahme, aber wie ihr seht natürlich, Android Jelly Bean läuft hier ohne weiteres super flüssig auf dem Gerät. Wir können hier einfach zum Beispiel auch die letzten Dinge hier anschauen. Jetzt mache ich mal Stopp hier bei der Musik oder bei der Tonaufnahme, denn sie war anscheinend auf unendlich gestellt. Wir haben hier auch die Möglichkeit, wie ihr gesehen habt, oben einfach WLAN einzustellen, Data Settings, Bluetooth und Lautstärke-Modus. Und ansonsten haben wir hier natürlich die übliche Oberfläche von Sony installiert. Durch die Apps geschaut, seht ihr, wir haben einiges an Tools mit dabei. Auch Programme, die wir selber installiert haben, sind hier dann am Ende vorzufinden, wie die Dropbox, Foursquare. Aber ansonsten haben wir es recht basic benutzt, so wie es vorgegeben war. WhatsApp war übrigens auch vorinstalliert. Also das ist sehr schön. Ich kann euch kurz den Browser zeigen, wenn auch das WiFi aus mir unerfindlichen Gründen mir schon seit recht langem nicht funktioniert leider. Aber wie ihr sehen könnt, die Tastatur immer noch eins bei den Lieblings-Tastaturen, weil man hier auch die Buchstaben verbinden kann, wenn man möchte. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Sprache wir haben, aber ich kann zum Beispiel sowas schreiben wie President auf Englisch und der erkennt das natürlich hier wunderbar. Und das ist wirklich eins von den Lieblings-Tastaturen hier bei Sony, weil es einfach besser funktioniert wie bei allen anderen. Natürlich kann man auch ganz normal tippen, mache ich dann allerdings immer ungerne, wenn das schon hier so schön funktioniert. Und ja, sehr viel mehr gibt es euch eigentlich gar nicht mehr zu zeigen. Wir haben jetzt auch keine Videos mehr drauf. Was mir noch sehr gefallen hat, ist, dass wenn wir im WLAN drin sind, gleich angezeigt wird, dass ich zum Beispiel Musik und Bilder übertragen kann hier oben auf den Fernseher. Das haben wir allerdings auch schon dank dieser DLNA-Geschichte bei vielen anderen Smartphones mit dabei. Bei Jelly Bean ist das sowieso standardmäßig mit dabei und deswegen ist das jetzt keine Besonderheit mehr. Eigentlich muss ich euch nur noch erzählen, wieso mir das Handy so gut gefallen hat. Erstens, die Akulaufzeit, gar nicht mal so schlecht. Also es hält locker einen Tag durch mit 3G an, auch in der Hosentasche. Abends, falls ihr noch Partys machen solltet, wird es dann allerdings wieder etwas schwer. Es ist aber leider bei den meisten Handys ja so. Vor allem, wenn man schon recht früh aus dem Haus geht. Ansonsten hat mir vor allem gefallen, dass es so wirklich schön schnell ist, das Display relativ groß ist im Vergleich dazu, wie groß das Gerät ist und die Kamera, die war eigentlich einfach Bombe, auch bei schlechtem Lichtverhältnis, hat sie immer schön schnell fokussiert und es gibt auch viele schöne Funktionen von Sony, wie zum Beispiel Superior Auto, die das Bild einfach noch besser machen, aber das ganz normale Panorama und Ähnliches gibt es natürlich auch. Ich kann jetzt auch noch mal kurz die Frontkamera zeigen, wie ihr sehen könnt, es wird auch noch mal kurz angezeigt, dass die Kamera unten ist. Obwohl das Sony-Logo hier angezeigt wird, ist es eigentlich oben, von daher, das Bild ist etwas falsch, aber wir wissen ganz genau, die Kamera ist hier unten, von daher einfach OK drücken und die seht ihr auch, super scharf HD und hier könnt ihr auch 720p Videos aufnehmen, einfach genial. Ja, deswegen gibt es eigentlich nicht mehr viel zum Handy zu erzählen, weil es einfach eins der besten Handys ist von Sony, das Sony Xperia ZL entsprechend viel anders zugeschaut habt. Mein Name ist Balaschgal, bis zum nächsten Mal, bitte nicht vergesst uns zu abonnieren und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.